Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch meine Freunde ja ich bin wie immer alleine sie lassen mich alle 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 alleine ich hoffe schon mal im vorderrein dass ihr heute einen guten Rutsch habt zu Silvester und dass ihr auf euch aufpasst dass ihr vielleicht noch was schönes es was es ihr denn zu Silvester immer was macht ihr denn da so schönes habt da trefft euch mit dem Freund bleibt dabei der Familie lasst es mir in den Kommentaren wissen ich zum Beispiel treffe mich heute mit meinen Freunden und das machen wir schon seit vielen Jahren wir essen zusammen wir gehen auf den Berg und gucken uns dann die ganze Show an wenn es losgeht dann ist es einfach Hammer jo nice Eskis hallo keine Sorge kriegste Hi nun Spruch komm ich bin gespannt was passieren greetings baby na komm doch her wir machen das na wir waren komm her kommt her wo seid ihr meine Freunde haut doch nicht alle ab und hier hier kriegst du den Hilferer den du brauchst warum rede ich gerade im Dialekt ich habe keine Ahnung kommt her wir sind alle ganz toll zusammen die war bleibt stehen komm her heroes never die stirb einfach weg alter man dieser reaper will nicht sterben ich treffe nichts ich bin zu gut wow 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 habt ihr das gesehen unglaublich geile Mechanics und Skills mit meinen Teilen die ich da schmeiße mit meinen Klingen natürlich alles geplant in Wirklichkeit bin ich bin ich legendär letzte Season war ich war ich Challenger hier drin war der beste Zenyatta Spieler den es je gegeben hat und woher ihr denkt dass ich warum ich jetzt nicht zeige kein Problem das mache ich nur dass das Basket被 Ad aguern ernsthaft niemand tötet den وال Wir nehmen wir da am besten Ich glaube wir müssen Ich probier mal Reinhardt alles klar wir brauchen keine Tanks Ja, jetzt bin ich heute Reinhard. Ist in Ordnung. Machen wir schon irgendwie. Soldier? Are you here? Nope. Ist er nicht. Death Blossom is ready. Oh, 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 oh. Komm her. Komm her, Best. Das war's mit dir. Wo ist Tracer? Are you dashing through the snow? Wo ist die alte? Wo ist die alte? Ich brauche einen Heal. Ich brauche einen Heal. I need a healing. I need a healing. I need a healing. Kommt schon. Ich habe Angst. Könnt ihr verstehen, oder? Ich habe nur noch 98 HP. 500 habe ich. Und ich kriege keinen Heal. Also, ach. Ich kriege keinen Heal. Ich bin so ein ganz schlauer. Super. Will ich jetzt nicht sagen. Das wusste ich, dass das da um meine Ecke war. Mhm. Enemy Contact? Wo? Oh, oh, oh. Komm, nein. Scheiße. Komm sofort zurück. Komm sofort zurück. Au, 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 au. Und das war's mit dir. Wo ist? Okay. Ich fahr hier einfach lang. Tralalala. Nobody cares. Nobody cares. Come here, Kleiner. Oh, nein. Aber wir haben eine Payload weiter und weit gebracht. Also, ich fand das jetzt gar nicht mehr so schlecht, dass nur Tracer jetzt mich gestoppt hatte. Wenn sie zum Beispiel nicht gekommen, hätten wir das auch locker gemacht. Mhm. Aber warum immer Reinhard? Ich verstehe es langsam nicht. So langsam, als wollte das Spiel mir immer sagen. Spiel gefälligst, Reinhard. Weil du Currywurst magst. Ja, jetzt nicht den Herren Currywurst. Nun gut, ich mag ihn auch. Also, ich würde sofort mit ihm hier was aufnehmen. Keine Frage. Nein. What, what just happened? Das muss ich jetzt sehen. Nee. Was ist da gerade passiert? Come on and face me. Los, 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 los. To, 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 to. Komm her. Bang. Wo bist du, Alter? Ha. Oh ja, das schicken zu, das ist nun. Tinkle? Nice. Einmal bitte öffnen. Sesam. Oh, 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 oh. Das war nicht das, was ich haben wollte. Oh, ist hier drauf. Dö, 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 dö. Wir fahren hier so schön lang. Komm her, Diva. Meine Ulti ist ready. Oh, oh, da war ein Sniper-Reap. Habt ihr das mitgekriegt? Payload secure. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ich hasse dich. Au. Au. Nein, da kam der Reaper von hinten. Warum Reaper? God of Zip, warum hast du uns verlassen? Bei, bei wem war der eigentlich? Ich hab keine Ahnung, war der bei uns? Aber du, das, das, das läuft gerade regelrecht gut. Fanny K. Das erinnert mich an Mobile Legends. Ja, GG. Wie, da seht ihr mal, der Currywurst, Mann, ist super stark in mir. Wie. Ein auf dich, mein Lieber. Und, das Highlight genießen von Fanny Kai. Nee, Funky. Warum, warum sag ich immer Fanny Kai? Ja. Oh, oh. Okay. Gar nicht mehr so schlecht. Ich geb's dem Support, weil er es verdient hat. Passant. So, wir gehen hier erstmal wieder, wie immer raus. So, äh, heute gibt's, weiß ich nicht, ob es jetzt noch eine Folge Overwatch rauskommt. Muss ich gucken. Je nachdem, was ich jetzt in den Aufnahmen hinkriege. Auf jeden Fall. Schon mal ein, wie gesagt, ein wunderschönen Rutsch ins neue Jahr. Passt doch frisch auf. Sprengt doch nicht selber eine Luft. Ich wär sehr traurig, wenn, wenn ihr das tun würdet. Also dann, bis zum nächsten Mal. Und vergesst niemals, in den NLP sagt er langweilig. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.